Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen am Tele-Stammtisch zur Besprechung von Sophia, der Tod und ich, der am 31. August in den deutschen Kinos startet. Ich bin nicht der Tod, ich bin auch nicht die Sophia, ich bin der Stu. Trifft irgendwas vom Titel auf dich zu, Schlogger? Bist du vielleicht heimlich der Tod oder heißt du eigentlich Sophia? Ich könnte das Komma oder das Und, vielleicht würde ich mich da noch reinfühlen können. Gut, dann werde ich das mal als Nein. Dann haben wir schon mal wieder was gemeinsam. Ich muss ehrlich sein, zu dir, liebe Schlogger, und auch zu euch da draußen, ich bin ein bisschen verkatert, deswegen sieht es mir nach, dass ich vielleicht jetzt nicht ganz den großen Elan an den Tag bringe. Ich muss aber sagen, ich glaube, das würde sogar zum Film passen von der Stimmung her, aber dazu kommen wir dann vielleicht gleich. Liebe Schlogger, kannst du unseren werten Zuhörenden mal kurz erklären, was erwartet sie denn, wenn sie Sophia, der Tod und ich sehen? Also es geht um Sophia, der Tod und ich. Ich ist ein Protagonist, der plötzlich eines Tages von seinem Tod überrascht wird, der ihm verkündet, dass er leider gleich sterben muss. Und zwar innerhalb von drei Minuten. Aus irgendeinem Grund, und zwar weil Sophia, die Ex-Freundin des Protagonisten, an der Tür klingelt, klappt das aber nicht so ganz. Und von da an werden wir zusammen einen Roadtrip dieser drei Hauptfiguren, später wird noch jemand dazukommen, begleiten. Und das ist im Prinzip der Film. Vielen Dank. Es handelt sich da aber nicht nur um einen Film, sondern um eine Verfilmung, und zwar vom gleichnamigen Roman des Tomte-Musikers Thees Ullmann, den ich tatsächlich sehr schätze, auch wenn ich jetzt, was seine Musik angeht, nicht ganz so drin bin. Und ich wusste, er hat Romanen, oder zumindest diesen Romanen geschrieben, kannte ihn aber nicht. Kennst du die literarische Vorlage? Tatsächlich, ja. Also es war ja so, du hattest ja diesen, du hattest gepostet hier den Film, könnte man angucken, Pressevorstellung ist da. Da habe ich gesagt, cool klingt, habe mal kurz in den Trailer reingeschaut. Ich dachte, ach ja, sieht ja ganz gut aus. Habe mir kurz ein bisschen reingelesen, ach ja, sieht ja ganz gut aus. Und trotzdem habe ich nicht gecheckt, ach, das ist ja das Buch, was ich schon gelesen hatte. Und ich finde, das spricht leider nicht ganz so für das Buch. Obwohl ich das Buch tatsächlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das Buch schlecht fand, sondern dass ich das Buch relativ leicht zu lesen fand. Ich fand die Prämisse total cool, dass jemand seinen Tod trifft. Aber kann mich wirklich an null erinnern. Ich habe auch nichts nachgelesen. Ich saß im Film völlig unbedacht. Und ganz klar, das Buch ist dadurch nicht als der Bestseller des Lebens in meinem Hirn abgespeichert. Aber auf jeden Fall habe ich das Buch gelesen, ja. Und das Buch war auch ein recht leichter Read, wie man ja manchmal sagen könnte, wenn man wollte. Du hast schon was Schönes gesagt, nämlich, dass du die Ausgangssituation eigentlich ganz cool findest. Und das finde ich auch. Sie hat mich ein bisschen erinnert an dieser Brad Pitt-Monsette Meet Joe Black. Oh, ist das lange her. Ja, stimmt. Jetzt fühlen wir uns wieder richtig schön alt. Richtig alt, ja. So viel zum Thema Tod. Ja, genau. Und jetzt halt eben, es hat mich von der Grundausgangslage noch ein bisschen daran erinnert. Und ansonsten wusste ich halt nur, dass ich diesen Film gucken möchte, weil ich die Besetzung eigentlich ganz toll finde. Ich mag diesen Dimitri Schaht, der die Hauptfigur, Rainer heißt sie, spielt. Ich mag Anna-Maria Mühe. Ich mag Marc Rosemann, der den Tod spielt. Aber ich muss sagen, der Film fing an mit so einer sehr seltsamen Szene, wo so ein bisschen schon mal versucht wird zu erklären, wie das da mit dem Tod funktioniert. Und schon da hatte ich meine ersten Probleme. Ich fand nämlich irgendwie, dass der Film, zumindest aus meiner Perspektive, echt ein Problem hat, dass, ich nenne es mal dieses schöne englische Wort, sein Worldbuilding zu machen. Ich fand, da waren ein paar echt nette Ideen drin, aber das alles zusammen passte für mich nicht zusammen. Wie war es bei dir? Also dieses Worldbuilding am Anfang und generell fand ich schon okay. Ich fand es irgendwie eine witzige, total überzogene, auch etwas alberne Idee. Das war für mich in Ordnung. Was mich wirklich gestört hat, war die Darstellung oder die Sprache tatsächlich des Todes. Also es gibt ja mehrere Tode, die dann immer am Anfang ihre Aufträge kriegen, wen sie denn dann jetzt abholen sollen sozusagen. Und ich kannte die Schauspieler nicht so wie du. Und der, der den Tod spielt, den kannte ich tatsächlich überhaupt gar nicht. Und ich frage mich dann, spricht der immer so, wie er in diesem Film spricht? Ja, das ist wirklich Marc Hose, man mir leibt und lädt. Ich finde es großartig. Also der macht in dieser Prime-Serie die Discounter mit und hat auch in einem sehr schönen Film von Laura Lackmann, wie hieß sie nochmal, zwei im falschen Film, eine der besten deutschen Rom-Com-Beziehungskommunien in den letzten 20 Jahren mitgespielt. Aber ich kann es schon verstehen, der hat sowas eigenes in der Stimmfärbung. Das stimmt schon. Okay, aber wenn man ihn so kennt, dann wurde er auch dafür extra gecastet. Das heißt, es war eine bewusste Entscheidung von Anfang an und nicht sowas wie während des Drehs, okay, das gefällt uns gut, mach das mal weiter. Also um das zu erklären, wie er da spricht. Ich finde das ultra albern. Also der spricht so ganz, als wäre er eine Puppe in der Augsburger Puppenkiste, finde ich. Also so, hallo, ich bin der Tod. Was kann ich denn jetzt für dich tun? Hm, was machen wir denn jetzt? Oh, dieses Bier, das prickelt so in meinem Bauch. Und so spricht er die ganze Zeit. Also es hatte irgendwie, wenn man es akzeptiert hat, dass der Tod auch so ein bisschen kindisch ist, also dieser Tod hat es vielleicht irgendwo gepasst, aber es hat mich manchmal so arg aus der Atmosphäre rausgeschmissen. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ging mir eben auch so, jetzt nicht unbedingt mit dem, sag ich mal, wie der Tod sich verhält, sondern immer dann hauptsächlich, wenn der Film versucht, Fantasy zu sein. Es gibt ja dann, kleiner Minispoiler, dann einen Kampf zwischen zwei Toten in einem Garten und das ist halt irgendwie, also das hat für mich halt nur funktioniert. Das fand ich halt im negativen Sinne eher albern und unnötig. Witzig, weil diesen Kampf, den fand ich irgendwie, der war so albern, der war so out of place, den fand ich irgendwie wieder witzig. Ja, also ich finde, das ist eine verzickte Sache bei dem Film, für mich zumindest, weil er sehr viele Sachen hat, die ich grundsympathisch finde und auch charmant, aber auch so viele Sachen besitzt, die für mich leider nicht funktionieren. Das hält sich so tatsächlich bei mir so ein bisschen die Waage. Deswegen ist das eine, es ist sehr schwierig, gerade für mich, oder seitdem ich den Film geguckt habe, ihn wirklich irgendwo einzuordnen. Ich war auch irgendwie mit Waage halten. Ich saß auch drin, ich hatte tatsächlich schon länger keinen deutschen Film mehr gesehen, habe das total genossen. Du bist mal wieder in der deutschen Stadt, deutsche Umgebung, deutsche Landschaft, die deutsche Sprache, fand ich total schön. Und auch, was ich als typisch deutsch empfinde, ich wurde tatsächlich manchmal so ein bisschen an Knocking on Heaven's Door erinnert, ist diese, was deutsche Filme manchmal richtig gut hinkriegen, diese Mischung aus traurig und lustig gleichzeitig. Also ich war gleichzeitig in dem Film oft total mitgerissen, ich war gerührt, ich fand es auch lustig, aber dann schwenkte er zu sehr ins Extreme und wurde dann zu zerrissen und zu albern dann, finde ich. Ja, es gab eine Szene, die ich wirklich ganz toll fand, da möchte ich die Darstellerin Johanna Gastdorf erwähnen, das ist die Mutter von Rainer, die hat ein paar sehr schöne Szenen, wie ich finde. Und der Rainer, der geht ja auf seine, ich sag mal, letzte Reise, um ja seinen Sohn wiederzusehen, den er seit, glaube ich, acht Jahren nicht gesehen hat. Und ich finde es sehr seltsam, wie der Film das löst, denn dann sind sie halt plötzlich da und der Sohn wohnt irgendwie in den Bergen, ich glaube in den Alpen, und dann sind sie in den Alpen und dann wird das alles mit der Montage erklärt und aufgelöst. Und ich fand das total weird, total unpassend. Ich weiß auch nicht, aber ich finde, es wirkte auf mich so, als ob sie eigentlich noch eine halbe Stunde drehen wollten, aber das Budget ausgegangen ist. Und das dann alles so noch schnell, schnell, schnell zusammengeklatscht haben. Und das tat dem Film auch nicht gut. Ja, vielleicht als würde man annehmen, dass das der emotionale Höhepunkt des Films ist, aber das war es dann gar nicht. Das war nur so ein Appendings, der dann noch hinten dran gehangen wurde. Und es ging eigentlich um die Reise und die Beziehung zu Sophia und seiner Mutter, die aber dann, ich meine, das passt ja zu Rainer, recht trocken dann ist. Und ja, genau. Und was wir auch noch ansprechen müssen, was zu deinem Kater ja passt. Etwas typisch deutsches, Junge wird in diesem Film viel gesoffen. Wie trinkfest sind diese Menschen eigentlich? Sind Menschen in echt auch so trinkfest, dass die einfach mal vier Bier runterhauen? Schnell in einer halben Stunde? Keine Ahnung? Ja, das stimmt. Es gibt zu Beginn des Films, wo sie ihre Reise anfangen, wo sie dann erstmal alle, jeder irgendwie drei, vier Dosen Bier und dann wird noch zwei Flaschen Wodka mit reingeholt. Und ich dachte mir auch teilweise, okay, auf der anderen Seite, wenn du dir mal anguckst, was zum Beispiel mit amerikanischen Sitcoms oder so gesoffen wird, einfach so, ne? Also ich finde... Okay, also weil andere es schlecht machen, machen wir es auch schlecht sozusagen. Das ist die Logik dahinter. Ja, genau, genau. Das ist meine All-Time-Favorite-Logik. Nee, also es hat mich jetzt nicht gestört, aber ich dachte auch, okay, die saufen wirklich viel. Und es hatte manchmal was Lakonisches, manchmal hat es auch gepasst, aber manchmal dachte ich mir auch so, warum trinkt ihr jetzt Bier? Aber ich habe den Roman nicht gelesen, aber ich habe halt ein paar Interviews gelesen mit T.S. Uhlmann oder von T.S. Uhlmann. In der ja auch ein großer Fechter des Biergenutzes ist. Er ist ein großer Feind seiner Leber sozusagen. Ich hasse dieses Organ, das muss zerstört werden. Genau, genau. Aber ja, es wird viel gesoffen und ich habe nicht so richtig drüber nachgedacht, wie ich das finde, aber... Weil du deine Kritikfähigkeit verloren hast. Du nimmst einfach alles an, was dir vorgesetzt wird. So ist es nämlich. So ist es nämlich, weil mich der Verleiher bezahlt. Und ich möchte ja die 500 Euro jetzt auch bekommen. Deswegen, also Sophia, der Tod und ich ist übrigens der geilste Film des Jahres. Guckt euch den auf jeden Fall an. Übrigens, das sollte man erwähnen, es ist kein Regie, wo es doch ein Spielfilm-Regie-Debüt von Charlie Hübner, der im Film selbst auch eine Rolle hat. Der spielt diesen Hotelier. Und der hat davor diese Dokumentation gedreht, Wildes Herz über feine Sahne für Fischfilet, oder wie die Band heißt. Und jetzt halt eben Sophia, der Tod und ich. Und ich fand es irgendwie ganz bezeichnet, dass er zuerst eine Doku macht über diese Band und jetzt ein Buch verfilmt von einem bekannten Künstler, von einer bekannten Band. Okay, unterschiedliche Genres, aber immerhin alles deutsche Musik. Ich habe übrigens auch, da ich das Buch vergessen hatte, das Buch hatte ich von jemandem ausgeliehen und habe diese Person dann gefragt, du, sag mal, habe ich das Buch von dir ausgeliehen? Mit der inneren Hoffnung, dass die Person sagt, nee, weil dann konnte ich von mir rechtfertigen, dass ich mich deswegen nicht erinnere, weil ich das Buch nämlich nicht wirklich gelesen hatte. Ich hatte es aber von der Person ausgeliehen, die sich dann besser an den Film erinnern konnte. Und der dann eben meinte, er fand den Trailer schon viel zu klamaukig, dass das Buch zwar an sich ein bisschen lustig ist, aber schon sehr ernst gemeint ist eigentlich. Und die andere Kritik der Person war, dass er fand, dass die Hauptfigur, da hat er sich halt immer Thes Ullmann vorgestellt, weil es ja so ich-perspektivisch geschrieben ist. Und ich finde aber tatsächlich nicht, dass die sich so unähnlich sehen. Also kann man machen, finde ich eigentlich. Ich habe tatsächlich kein Bild vor Augen von Thes Ullmann. Ja, auch so ein großer, wie heißt diese blonde Farbe, diese Hundeköterblond, dieses, ja. Labradorblond, ich weiß es nicht. Straßenköterblond, sowas. Okay. Ich kann vielleicht noch eins sagen, ich finde, dass er oftmals Momente hat, wo ich dachte, okay, er bekommt mich jetzt emotional und dann hat er es nicht geschafft. Aber er war immer kurz davor. Das ist so ein bisschen so, der Ball, um es mal Fußball zu sagen, ist kurz vor der Linie, aber dann erreicht der Keeper ihn noch und kann ihn abwehren. Also ich mache da zum Beispiel die Figur von Rocco Schamoni, der eine kurze Gastrolle hat und der ist ja so ein bisschen verguckt in die Mutter von Rainer und da gab es auch ein paar so ganz nette Szenen tatsächlich, wo er mir irgendwie leid tat, weil ich das Gefühl hatte, er versucht so bei der Mutter zu landen und will nett sein und alles richtig machen und Rainer zerstört so ein bisschen sein Weltbild. Mit diesem komischen Spruch, an den ich mich gerade nicht erinnere, dass du, wenn du dem Nachbarn hilfst, heißt es, dass dein eigenes Leben so langweilig ist, nur in Greimton. Genau, genau. Genau, genau. Und solche Sachen gab es halt wirklich durchgängig im Film. Und ich glaube, mein Hauptproblem ist einfach, dass der Film sich nicht entscheiden kann oder nicht diese Balance hier bekommt zwischen Emotionalität und so ein bisschen Posse-Klamauk. Ja, oder er wollte beides auf einmal sein und hat gehofft, es funktioniert. Also das war es ja auch, also ich war gerührt, ich fand auch teilweise die Chemie zwischen Sophia und Rainer und was da eben, wie sich die Geschichte da so hin entwickelt und auch das Ende. Ich meine, Tod ist generell ein Thema, das berührt mich eigentlich immer, weil Zeit vergeht, schrecklich. Aber ja, diese übertriebene Klamaukigkeit und dann dieser Tod, die Sprache des Todes, an die man sich dann ja erst mal gewöhnen muss, weil ich fand die Figur eigentlich ganz witzig. Also das eigentlich im Prinzip war es irgendwie schon, ich habe auch gelacht, ich habe geweint, ich habe gelacht, aber irgendwie doch nichts Ganzes. Ich musste nach dem Film zum anderen Termin und bin mit der S-Bahn gefahren und ich musste eigentlich nur zwei Stationen fahren, aber ich habe dann noch über den Film nachgedacht, dass ich meine Station verpasst habe und dann eine zu spät erst ausgestiegen bin. Also er hat schon irgendwas bei mir bewirkt, aber es ist jetzt auch bei mir, glaube ich, und bei dir, glaube ich, auch knapp eine Woche oder zwei Wochen her, dass wir den geguckt haben und wir haben im Vorgespräch schon auch festgestellt, er zerbröckelt halt so langsam in der Erinnerung. Und ich finde es halt irgendwie schade, weil ich glaube, alleine von der Idee, die dahinter steckt, steckt da wirklich was drin, was mich zumindest, glaube ich, tief berührt hätte, begeistert hätte, unterhalten hätte und bespaßt hätte. Und das hätte, ist jetzt mal hier ganz dick geschrieben, denn er, wie ich schon sagte, es ist so ein Mittelding. Also er ist so wirklich genau in dieser Wagenrechte zwischen so, ich fand den gut und ich fand den nicht gut. Aber was meinst du denn, was ist das Problem? Was hätten sie besser machen können? Fällt dir da gerade was ein? Was hätten sie besser machen können? Das ist natürlich jetzt die Frage, die jeder Filmkritiker hasst. Ja, genau. Wir können gut austeilen, aber dann selber konstruktiv sein. Entschuldigung, das ist nicht unsere Aufgabe. Ich glaube, meine Hauptproblematik ist die schwankende Tonalität. Mal ins eine, mal ins andere. Und das hat mich, glaube ich, am meisten gestört. Ich glaube, wenn der Film ein bisschen Witz hätte, aber halt nicht solche Klamaukssachen hätte, wie jetzt zum Beispiel den Kampf im Garten oder diese Szenerie da halt in diesem Hotel, dann hätte es mir, glaube ich, besser gefallen. Und was ich auch ein bisschen seltsam fand, ich habe recht lange gebraucht, um zu begreifen, in welcher Beziehung Sophia und Rainer eigentlich stehen. Weil die steht ja plötzlich vor seiner Tür und redet mit ihm und fährt mit ihm zu seiner Mutter, die Geburtstag hat. Und am Anfang war mir nicht, da ist es vielleicht seine Schwester, das ist eine Cousine, eine Ex-Freundin oder Freundin kann es natürlich auch sein. Aber das hat sich bei mir lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, okay, das ist seine Ex-Freundin. Ging es bei dir auch so? Nee, das sagt der doch dann direkt, meine ich. Ja? Ich glaube schon. Okay, dann habe ich das nicht mitbekommen. Ich habe den Film auch im Originalton gesehen. Guter Gag. Ja. Nee, also das ist mir nur aufgefallen, dass ich das irgendwie dann nicht wahrscheinlich verpasst habe. Aber ja, die Tonalität ist glaube ich bei mir, dass das große Problem, die dazu führt, dass ich so wirklich sage, das ist so ein Mittelmaßfilm für mich. Und das finde ich halt sehr schade. Zum einen, weil Mittelmaßfilme echt doof sind, weil man kann sich darüber aufregen, man kann sie aber auch nicht durchgängig loben. Und zum anderen ist es bei dem halt auch schade, weil ich halt, wie ich schon sagte, ich sehe da auch wirklich das Potenzial drin. Ich glaube, dass da wirklich eine Geschichte drin steckt, die mir persönlich, glaube ich, noch viel besser gefallen hätte, wenn sie halt anders umgesetzt worden wäre. Bitte frage mich jetzt nicht wie. Nee, ich verstehe schon. Also ich meine, wir kennen ja, wir haben ja auch schon Filme gesehen, die auch deutsche Filme, die sowas anders angehen. Jetzt sei es Knocking on Heaven's Door oder vielleicht gerade, ich habe früher immer, mochte ich auch einen Film, wo ein kleiner Junge auch in Österreicher oder Schweizer eben, die Mutter ist gestorben. Okay, aber bevor mir jetzt, wenn mir der Titel jetzt nicht einfällt, ist das völlig irrelevant, was ich sagen kann. Wer früher stirbt, ist länger tot. Genau, ach super, genau, den fand, also ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, aber damals fand ich den auch gut und da geht es ja auch ums Thema Tod und ist trotzdem, fand ich, der war für mich, glaube ich, mich gerne daran erinnert immer. Mir würde noch einfallen Vincent Villmeer, wegen dem Roadtrip, den fand ich auch ganz gut und ganz ehrlich, ich wiederhole nochmal, wenn euch der Film interessiert, guckt euch den an, also der verdient auch ein Publikum. Ja, das ist auch nicht schlecht gemacht, es ist einfach ein bisschen, das Klamaukige war, ein bisschen zu extrem manchmal. Ja, und ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen Ronne Wumigio Black oder Sophia der Toten und ich, Sophia der Toten und ich würde gewinnen, aber auch so. Ja, Ronne Wumigio Black hat ja damals schon das geschafft, was heute oft leider schief geht, er ist einfach viel zu lang. Ja, ich habe den damals mit meiner Mutter im Kino geguckt und ich habe es so bereut, das waren echt, das waren üble drei Stunden. Die beste Szene ist am Anfang, als er stirbt, da habe ich gelacht. Weil er so lustig vom Auto überfahren wird. Okay, da sieht man mal, was wir, unsere Art von Humor, und trotzdem sagen wir, dass er zu klamaukig ist. Ja, gut, ich bin auserzählt, aus gemeint und noch ein paar lustige Wörter, die mir gerade hier einfallen. Wie sieht es bei dir aus? Willst du noch irgendwas loswerden außer deinem Fazit? Nein, das habe ich alles schon rausgehauen. Gut, dann darfst du jetzt noch dein Fazit raushauen. Okay, oder raustreten, das ist mir egal. Raustreten, ich klopfe an eure Tür, lasst mich rein, ich bin euer Fazit tot. Das ergibt jetzt nicht so viel Sinn, aber wir haben eigentlich unser Fazit durch diese Besprechung schon durchgeschlängelt. Und zwar würde ich sagen, guckt ihn euch gerne an, auch wenn ihr das Buch gelesen habt. Das Buch habe ich übrigens auch gesehen. Dass das leider euch dann zu klamaukig rüberkommen wird, aber ich mochte die Schauspieler, der Film ist auch nicht schlecht und es ist auch eigentlich eine interessante Mischung, im Prinzip aus traurig und lustig, schwankt dann aber zu sehr rüber. So, jetzt du es, du. Dito, damit wären wir am Ende dieser Besprechung zu Sophia, der Tod und ich. Wie gesagt, am 31. August startet er in den deutschen Kinos. Ich war zu Beginn der Besprechung ein wenig verkatert, das hat sich ein wenig gebessert, aber es reicht noch nicht aus, um euch zu sagen, wo ihr Schlogger findet. Deswegen überlasse ich diese Monolog dann doch wieder dir. Ich sage nur, ihr findet den Teleschamp-Tisch überall, wo es Likes gibt. Ich sage, vielen Dank fürs Zuhören. Man hört sich irgendwann anders und Schlogger, die letzten Worte. Ja, ich darf noch eine Bewerbung machen und zwar, Schlogger ist mein Künstlername, Johanna Baumann. Ich zeichne Comics vor allem gerade über Kommunikation mit großen und kleinen Menschen. Ihr könnt auf meiner Website schlogger.de das alles auch nachlesen oder ihr geht in den schloggershop.de kauft euch meine Bücher über Trennung, wie man besser streitet, wie man mit Kindern kommuniziert oder einfach blöde Sätze, die nur Eltern sagen und diese ganzen, alles gibt es da. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da auch meinen Tod, Sophia und ich, wer weiß das schon. Schaut einfach mal rein und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.